Hallo Leute, willkommen bei Clever Angeln. Heute will ich euch zeigen, wie man Seitenarme aus Draht selber herstellt. Mit relativ wenig Aufwand und billiger als wenn man sie kaufen würde auf jeden Fall. Die Seitenarme, von denen ich gesprochen habe, da geht es jetzt um diese Dinger hier. Seitenarme aus Draht. Die, die ab und zu mal im Meer fischen, die kennen die Dinger bestimmt von den Buttvorfächern. Und auch im Süßwasser setze ich die ab und zu mal ein, wenn es um etwas schwierigere Montagen beim Alu- oder Welsangeln geht. Wie gesagt, um die Dinger geht es. Das ist jetzt ein kleinerer, das ist jetzt mal 12 cm. Und die werde ich auch jetzt gleich herstellen, um euch zu zeigen, wie das funktioniert. Im Prinzip braucht man dafür nur einen Knips, Hasendraht, dann zwei Nägel, wo ich jeweils die Köpfe abgeschnitten habe. Und den einen habe ich noch rechtwinklig umgebogen. Wie gesagt, zwei Nägelchen. Anfangen tue ich folgendermaßen. Ich schneide mir von dem Hasendraht 50 cm Stücke ab. Ich habe mir hier Markierungen auf dem Tisch gemacht für Bastelarbeiten. So, einfach mal abschneiden. So ein paar Stück habe ich schon vorbereitet. Zwei Stück mache ich jetzt noch mit euch zusammen. So eine Rolle Hasendraht mit 10 Meter Draht drauf. Kostet ungefähr 2 Euro. Bei mir am Baumarkt. Auf einen Zentimeter mehr oder weniger kommt es da nicht so wirklich drauf an. Einen noch. So. Wenn ihr euch die Stücke zurecht geschnitten habt, geht es im nächsten Schritt weiter mit dem Akkuschrauber. Spannt ihr euch den Nagel. Ich habe hier den Kopf halt abgeschnitten. Mit der abgeschnittenen Seite in den Akkuschrauber rein. Dann nehmt ihr euch ein Stück Draht. Und hier sind da wo der Nagel eingespannt ist, vom Spannfutter so eine Lücken. Da steckt ihr einfach den Draht jetzt einfach mal so ein Zentimeter rein. Und lasst den Akkuschrauber langsam loslaufen. Die Richtung ist jetzt erstmal egal. Und schon habe ich so ungefähr ein Zentimeter Draht aufgespult. Das gibt nachher die Führung. Das sollte dann ungefähr so aussehen, wie hier auf meiner Hand im Moment. So. Okay. Ja. So kann man sehen. So. Ich mache das Ganze nochmal. Mit der anderen Seite. Den Nagel habe ich hier eingespannt. Ich stecke den Draht noch dazu. Und dann lege ich einfach los. So. Ein bisschen führen das Ganze. Und das war's. Das überschüssige Ende kann man abschneiden. Das ist Schrott. Und jetzt habe ich ein Stück Draht mit zwei Spiralenden. Und das mache ich jetzt mit den anderen auch. So. Ich ändere nur mal die Drehrichtung. Das ist ein bisschen einfacher für mich. So. Draht reinstecken. Ein bisschen straff halten. Und schon ist er erledigt. So. Ich versuche es mal, so dass das gut zu sehen ist, zu halten. So. Langsam losgelegt. Ein bisschen geführt. Und das war's. So. Das Ganze machen wir mit den ganzen Drähten, die wir vorher vorgeschnitten haben. So. 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 Jetzt habe ich die Enden alle fertig. Ich knipse jetzt nur noch die Überstände weg. Und dann kann es auch mit dem nächsten Schritt schon weitergehen. Das war's. So. 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 Jetzt spanne ich den nicht umgebogenen Nagel aus. und spanne den umgebogenen Nagel ein. Ein bisschen Vorsicht, dass ihr euch da nicht wehtut. So. So. Und jetzt habe ich hier einen Hacken zum Drehen. den geraden Nagel, den geraden Nagel, den ich vorher hatte, den nehme ich jetzt und stecke, Entschuldigung, Frosch im Hals, stecke die Enden mit den nach außen zeigenden Seiten auf den geraden Nagel, den ich vorher hatte, das sieht dann so aus, und jetzt nehme ich die Schlaufe, die da entstanden ist, packe sie in den Haken, ziehe ein bisschen stramm und fange an zu drehen. So. Und das war's. Fertig ist mein Seitenarm-Nagel raus, hier kann jetzt die Hauptschnur durch, hier Schnur durch, vielleicht noch ein Perlchen als Stopper, und schon habe ich eine Seitenarm-Montage. So. Das mache ich jetzt mit allen Drähten. Außenseite nach außen, Außenseite nach außen, Nagel rein, festhalten. So. Wenn ihr die Wendeln schön eng macht, dann wird er auch wunderbar steif. Ich nehme gerne den normalen, verzinkten Draht, nicht den Kunststoffbeschichteten, weil, wenn ihr mal einen Abriss habt, dann verrostet der innerhalb kurzer Zeit. der Kunststoffbeschichtete würde relativ lange, ähm, ja, im Meer rumgammeln. Und, ähm, im schlimmsten Fall, was auch immer ihr da an Montage hinten dran habt, würde da vielleicht noch ein Fisch verenden oder sowas. Na, diese hier, wenn die permanent im Salzwasser liegen, äh, drei, vier, fünf Wochen, vielleicht zwei Monate höchstens, je nach Salzgehalt, und dann sind sie weg. Und wenn ihr die Montagen, ähm, nach eurem Ostseeurlaub, beziehungsweise im Süßwasser, ist es eh nicht so kritisch, einmal kurz spült, dann halten die ewig. Und wie ihr seht, wenn ihr die Schritte immer schön gebündelt macht, also erst die Wendeln nach dem Ablängen und dann, ähm, die Dreherei, geht das auch relativ fix. So, hier ist schon der letzte. Und das war's. So baut man Drahtseiten-Erbchen. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist halt mal ein bisschen was spezielleres, eher für die Ost- oder Nordsee gedacht, weil, äh, mit Drahtseiten-Armen wird halt nicht täglich gefischt. Aber, ähm, ich wollte euch mal was zeigen, was man mit kleinem Geldeinsatz eben super selber machen kann. Okay, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.